Und bald am Morgen hielten die hohen Priester einen Rat, mit den Ältesten und Schriftverliebten, dazu der ganze Rat. Und bumm dann Jesu, und führten ihn hin, und überantworteten ihn Pilat ab, und Pilatus fragt ihn, bist du ein König der Juden? Er antwortete und sprach, du sagst. Und die hohen Priester verschuldigten in Hand. Pilatus aber fragte ihn aber was, und sprach, antwortetest du nichts? Siehe, wie hat sie dich verklagen? Jesus aber antwortete nichts mehr, also, dass sich auch Pilatus verwunderte. Er pflegte aber, ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begürten. Es war aber eine genaht Barabbas, gefangen mit den Auflöwischen, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tönt, wie er fliegt. Pilatus aber antwortet ihnen, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass ihn die hohen Priester ausbreit überantwortet hatte.